Wir haben noch Markszeitbuch und wir haben drei normale Geldpreise. Bei Punktleichern werden die Preise geteilt. Wir haben aber auch Urkunden, eine Urkunde für den PR-Gästen, eine wunderschöne Urkunde für den Gesamtsieger. Mit Fotos von Annette. Wenn da Punktleicher ist, könnte ja passieren, dann gibt es noch einen One-Pointer um die Urkunde. Nicht nur noch das Geld, nur noch um die Urkunde. Alles klar? Wer wollte ich nicht sagen? Ihr dürft loslegen. Gutes Metz. Gutes Metz. Das Profil jetzt eröffnet. Gut, wenn Sie ihn machen. Vielen Dank. 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 ... 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